Ich weiß es selbst, wie bei anderen Zuschauern, das ist immer Videospieler, wenn sie andere spielen, sehen immer leichter aus. Wenn man sie dann selbst spielt, uff. Das ist bei Let's Play immer so. Immer alles leichter aus. Du musst immer mal zwei noch, mindestens dazu rechnen. So wie es für dich als Zuschauer wirkt, mal zwei, mindestens. Der Schwierigkeitsgrad, den du für das Spiel gerade ausdenkst, während du zuschaust, wofür du das Spiel hältst. Oh Gott, da braucht es im Snubbullet, ja. Oh Gott, da braucht es im Snubbullet, ja. Mit Ruhe und Gemütlichkeit. Und wie ich es vorhin gesagt habe, ich werde natürlich noch weiter streamen. Das heißt, wenn ich jetzt morgen dann keine Zuschauer am Morgen streamen messe, misst sich das dann. Vielleicht kann es ja auch so sein, dass meine Zuschauer nur Lego Harry Potter sehen wollen und so ein Krams und ähnliches. Und dann Deponia und VVVVVV. Ich habe da am Deponia streamen am Dienstag schon keine Zuschauer, dass die halt daran nicht interessiert sind. Das kann ja auch sein, dann weiß ich es, wenn da halt angezeigt wird, dass dann wir streamen, VVVVVVVV. Oh, naja, das ist kein Lego-Spiel, da will ich nicht zuschauen. Ich werde dir nicht komplett aufwärts aus dem Team. Ich werde dann vielleicht mal das mal gucken. Mittwochs und Sonntags auf YouTube und an einem Tag dann noch auf Twitch standen wir dann her. Und an zwei Tagen haben wir trotzdem wieder fünf, und dann haben wir trotzdem wieder sechs Streams die Woche. Dann vielleicht noch einen Einwandern-Tag. Irgendwann werden die Streams hier von YouTube auf, wenn Twitch auch vorbei ist, kommen die Streams von YouTube hier auf Twitch. Nicht mittwochs und sonntags auf Twitch streamen. Dann machen wir vielleicht, ähm... Am Freitag wird es sich anbieten, aber Freitag Twitch streamen. Ist das mit den Zuschauern so eine Sache? Vielleicht dann wäre er gut in der Mitte. Oder montags. Oh, montags, du jemals. Twitch. Ich meine sowieso generell, also auf Dauer dann, vielleicht auch nur noch Sonntags, Samstag und Sonntags, also am Wochenende. Wenn ich dann wieder bald eine Ausbildung habe, jetzt wegen Corona, wahrscheinlich jetzt sind die Schulen geschlossen und so weiter. Das ist dann halt erstmal... Bis Mitte, Ende Februar ist jetzt sowieso erstmal noch... Eigentlich hätte ich schon Anfang... Ende Januar hätte ich jetzt... Wenn das beginnen sollen, ist jetzt natürlich erstmal... Wahrscheinlich bis März dann... Wahrscheinlich bis März dann... Vorsichtig auf Eis gelegt. Mal schauen... Weiß ich noch nicht so genau... Wenn ich dann wieder eine Ausbildung habe und dann arbeiten muss, dann ist das dann... Wahrscheinlich nur noch Samstag, Sonntags. Samstag, den Nightmares... Samstag, den Nightmares, Samstag was anderes. Oder beide Tage, den Nightmares, wenn wir damit durchkommen. Und das sind jetzt die Experimente mit V, V V V V V V. Hier will ich jetzt das hier beherortieren... Ohhさい, okais чего$n, hier können wir nur mit sich dort drauf stehen. Der, die sind nach der Vision hier. Das ist mir rechtzeitig am Spinnen. Vom Rand am besten. So nicht. Das müssen wir schon vorn drücken, weil dabei... Jai! Ich hatte Angst auf den Stachel zu geraten. Das ist mir nicht abgesprungen. Ich bin auf den Stachel geraten. Oh Mann! Wir können wirklich ewig drauf stehen bleiben. Man stellt sich so weit dran, dass man vom Stachel getroffen wird. Ich würde mal sagen, wenn es ganz gut ist, können wir wechseln. Ja, sehr gut. Haben wir rausgefunden. Weit genug rüber. Und jetzt rüber wechseln und in die Mitte bleiben. Ich habe mich auch so aufgelegt, dass ich hier noch wankle. Das war zu niedrig. Oh Mann! Wollen wir schon auf den nächsten dritten Herbst verkackt? Pfff! Pfff! Jetzt müssen wir auf der anderen Seite wieder. Wenn das oben ist, dann das untere. So! 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 Und dann daneben. Sehr gut! Verdammt! So! 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 Ghostb YouTube-Screen, sieht man es ja dann auch im YouTube-Lock, ich zeig mal, ich hab halt Abteilung reingeschrieben, seht ihr wie lange ich das hier schon spiele? Chat müsste ja angezeigt werden gleich. Jut. Zwei Stunden, vierzehn sind wir jetzt hier schon. Hier waren die drei Stunden heute noch voll, drei Stunden V-V-V-V-Faust, gehen wir mal nach. Ob ich da noch fit für Among Us bin? Ich weiß es nicht. Irgendwann noch eine Stunde oder eine halbe Stunde Among Us spielen. Auf den vier Stunden Stream heute vollkriegen. Zukünftig nicht mehr V-V-V-V-V, das ist für eine Aufnahme dann noch viel angenehmer. Dass da nicht vier, drei Stunden am Stück spielt, sondern... Ja gut, mit Pausen dazwischen. Sie ist halt 20 Minuten Pause ab bis jetzt. Es ist halt jetzt... Und dann lässt es halt dran. Ein paar Pausen hier. In meiner Stunde eine Pause. Spiele das selbst mal auch eine Pause, in drei Stunden. Dann kann man sich beschweren. Aber man... Forstieren, wenn man an der selben Stelle stirbt. Das Vorankommen ist jetzt hier auch sehr müßig. Müßig beim Spiel. Jetzt mal kurz unkonzentriert. 5.5 Uhr aus und unkonzentriert. Und schon... Hat sich das... Jetzt müssen wir nur oben dran. Und dann... Oh, Köcker. Das ganze viermal hier. Das PC drauf. Schlimm. Immer wenn er unten ist, dann rüber. Und dann müssen wir sich drauf stehen bleiben. Das ist ne Kunst. Das ist ne Kunst. Jetzt hat er den Rücken langsam. Und wenn er oben ist, springen. Nein! Das ist mit nicht drauf stehen. Das müssen wir noch hinkriegen. Noch ein paar Mal umsonst sterben. Sind wir sterben. Also hier ran. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Wenn er unten ist. Oh, Köcker. Ich hole den Checkpoint. Ich hole den Checkpoint. Sehr schön. Aha. Jetzt kommen wir nach unten weiter. Oh, Coomate. Ich habe mich ein Coomate gerettet. Jedes Coomate. Hat ja nur... 2 Stunden... Hat ja nur unter 2 Stunden gedauert. Oh, Virgian. You got off the ship. Alright, too. It's good to see you. Alright, Professor. Ah, ist ein Professor. Is the ship okay? It's badly damaged. Not while it's been working on fixing it. We could really use your help. Ah, of course. The back road interference in this dimension prevented the ship from finding a teleporter when it crashed. They've all been teleported to different locations. Oh, no. That's sound about right. Let's get back to the ship, then. Afternoon, Captain. We need to move back. Ah, the Teleporter. Very nice. Press enter. Very nice. Next time. Level complete. We have with good intruder member. 2, we may. 2, we must have. Uff. 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 Oh, this is interesting. Captain, have you been here before? What? We are... We are... We are where? Uff. Entschuldigt, mein mein schlechtes Englisch. Ich bin... Ja, das ist... Ich mein mein Englisch. Ich bin ein bisschen schlecht in Englisch gewesen schon immer. uh... I suspect something... ...reflected... ...our teleporter. Transmission. This is somewhere new. Oh, no. We should try to find a teleporter and get back to the ship. Es haben wir noch gar nicht gerettet, ach so toll. Wenn du auf dem Boden standest, wird er... Ja, gut. Er bleibt es da. Okay, nein, er kommt nach. Er folgt mir nach, verstehe. Aber für ihn besteht keine Gefahr, oder was? Follow me. Wait behind you, Captain. Er ist gut. Er ist gut. Er ist gut.